Musik Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Marienkäfer gekillt und haben angefangen hier so ein bisschen die Base zu bauen. Ich habe jetzt nochmal eine Runde rundherum gemacht. Und dann sollte das eigentlich in der Größe erstmal reichen. Wir brauchen wieder Grasplatten. So, aber wir gehen jetzt keine Grasplatten holen, weil jetzt ist es erstmal mein Plan, dass wir uns ein bisschen Bärenleder besorgen. Das heißt, wir laufen das erste Mal fort zur Hecke. Ziehen uns aber dafür erstmal um. Noch irgendwo Platz. Ja, wir brauchen unbedingt Kisten. Den verschrotten wir jetzt mal. Und wir gehen... Das war jetzt nicht schlau. Ähm... Uns gerade mal schnell eine Pusteblume holen. Das heißt, es müsste eigentlich hier vorne nachgewachsen sein. Und dann wäre es mir ja recht, wenn wir noch eine Krähenfeder kriegen würden. Wir fehlen noch so ein paar Stückchen. Ähm... Die hier wollte ich haben. Wir versuchen so gut wie es geht, einfach bei der Hecke lebend durchzukommen. Wo sind meine Pusteblumen? Das kann doch nicht sein. Da hinten. Da müsste ich eigentlich jetzt das Holz einsammeln und nach vorne schleppen. Das machen wir auch noch, weil... Ja, jetzt kann man wieder nur fünf tragen. Ach, Mensch. Na gut, dann nehmen wir die fünf Stängel und dann rennen wir zur Hecke runter. Und wir brauchen Bombies, damit wir uns ein Trockengestell... Beziehungsweise ein Dörrgestell hinstellen können. Also wir brauchen ja noch so einiges. Sind ja auch noch ganz am Anfang. Ist ja alles noch ganz frisch hier. Ja, der ist beschädigt. Das weiß ich auch. Da liegt überall Fleisch rum. Na gut. Warte mal was schauen. Okay. So, hier hinten am Labor waren wir, glaube ich... Doch, hier waren wir schon. Halten wir ein bisschen Abstand vom Stamm. Dass die da uns nicht anspringen die ganze Zeit. Wie gesagt, wichtig ist mir nur, dass wir jetzt Bären bekommen. Und vielleicht haben wir Glück, dass wir eine Feder da hinten finden. Die lassen wir mal liegen. Oder nehmen wir sie gleich mit. Fortschmeißen können wir sie immer noch. Aber ich glaube, hier habe ich alles gefuttert. Ey, wie die sich da drauf stürzen, ne? So. Da ist doch nichts mehr. Nehmen wir die auch noch mit? Ach nee, das wird doch so nichts. Okay. Dann ab zur Hecke. Ich überlege gerade, kriegen wir die Bombies klein? Wie viele Bombies brauchen wir denn? Wir brauchen fünf Stück. Also fünf Bombie-Pocken. Ich glaube, zwei Stück haben wir schon. Ich kann mal gucken. Hier war doch das Labor irgendwo. War das weiter vorne? Echt jetzt? Gleich analysieren gehen. Wir nehmen auch gleich Quests mit, weil man weiß ja nie. Ameisenhügel und Glühbirnchen. Na, okay. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas, was wir irgendwie... Ich glaube noch nicht. Trainierte Lungen. Oder Kiesel in der Brandung. Die trainierten Lungen sind ja eigentlich nicht schlecht. Müssen eh alles nach und nach. Was haben wir denn überhaupt so drin? Das sind nämlich trainierte Lungen. Da kriegen wir nochmal maximal Ausdauer. Dann lassen wir nämlich das weg und nehmen die rein. Hier haben wir Ameisen bekommen. Das ist auch ganz gut. Und Sperrwerfer. Na gut. Also noch nicht viel Gescheites. Aber das kriegen wir nachher auch noch. Aber ich glaube, die Läuse latschen an. Ja. Da seht ihr mal, was Naturkunde ausmacht. Weil wir sind trotzdem noch sehr lahm unterwegs, ne? Und einen Tropfen hätte ich gerne. Da sitzt ja jetzt keine Wolfi drunter. Dankeschön. Andersrum, wenn Wolfi da drunter sitzt, dann läuft sie hier zum Glück wenigstens nicht rum. Hm. Das ist jetzt unser Ende. Jetzt sind's zwei. Ich wollte eigentlich einen ganz ruhig da rausziehen. Ja, 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 ja. War eine blöde Idee von mir. Ich weiß. Okay, aber nix wie weg. Rennen wir wieder hin, holen unseren Rucksack, holen noch ein bisschen Bärenleder. Und die Bombi-Brocken sammeln wir natürlich auch ein. Ey, unsere Waffe ist fast kaputt. Ey, das zieht so krass, wenn man von Flauschig dann auf Normal rüber geht. Das macht ja schon, ja. Hält nicht lange. Und den Leimstampfer kriegen wir, glaube ich, erst im Ameisenlabor. Ich muss mir unbedingt mal meine Liste raussuchen. Fehlt mir. Ja, jetzt haben wir einen ganzen Haufen Idioten hinter uns. Okay, Wolli, sie schläft hier. So, jetzt brauchen wir Ausdauer. Wir rennen da kurz hin, holen den Rucksack, rennen wieder weg. Oh, der liegt da direkt daneben. Ich glaube, ich spinne doch. Ah, nee, das ist der Tote. Doch, der andere liegt auch daneben. Ja. Mom, wenn ich ihn verloren hätte, würde ich CO- Ah. Wow. Zieht halt ganz gut weg, die Säure, ne? Okay. Okay. Ich glaub, das lassen wir mal. Hier, Maria, das ist was. Mein Speer ist kaputt. Wir haben bald keine Waffen mehr. Wir können auch nix reparieren, das ist ja fies. Das ist fies. Okay, das heißt, wir nehmen uns... ...so einen nochmal mit. Bleibt uns ja nix anderes übrig. So, dann schmeißen wir den raus. Wo ist er dann? Hä? Oh, wir haben den zweimal. Hä? Hupsi, was machst du denn? Weg du mit. So, den weg. Und... Hier können wir jetzt... Ziehen wir uns hier jetzt an. Die waren kaputt. Okay. Haben wir aber nix dafür da. Mh... Die nehmen wir jetzt, weil... Das andere Dingens bringt uns grad nix. Und ich muss auch wieder mal mein Schild in die Hand nehmen. Das ist irgendwie... Keine Ahnung warum. So. Jetzt gehen wir Bären holen, damit wir endlich Marienkäferrüstung herstellen können. Mensch, verflixt nochmal. Ich sollte mich vielleicht auch mal an meine Pläne halten. Mein Plan war Bärenleder holen. Und noch durchrennen, ob noch eine Fee, der dort liegt bei der Tränke. Und dann wird er zurück. Eigentlich wollte ich gar keine Bombies jagen jetzt. Das ist wieder typisch, ne? Wie so ein kleines Kind wird von allem abgelenkt. Aber wir rennen trotzdem nochmal da hinten in die Ecke. Weil... Da liegt noch ein Amulett. Das nehmen wir noch mit. Also das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Und das überleben wir auch. Äh, hoffe ich zumindest. Ja, wir sollten aber auch die Waffe in die Hände da mal runterlegen. Bombi ignorieren wir jetzt, weil jetzt ist er wieder voll geheilt. Und, äh... Macht keinen Sinn jetzt. Der schnetzelt uns nur schon nochmal klein. Nehmen wir die Pfeile noch mit. Ja, Milben. Ja, Milben. Okay, der liegt dort. Diese blöden Milben. So. Ich hoffe ja, dass uns die Larven nicht gleich hier erwischen. Wir versuchen einfach da jetzt mal schnell hin. Holen das Amulett da raus. Schnell weg. Und dann geht's Bären sammeln. Wir schleichen uns einfach überall vorbei. Und wenn einer Alarm schlägt, rennen wir los. War doch klar. Ja. Das ist ja nicht das. Ah, 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 ah. So. Ja. Haben wir jetzt alles eingesammelt? Ich glaub's nicht. Das war wahrscheinlich wieder eine Aktion voll umsonst. So wie immer, ne? Nur Blödsinn im Kopf. Boah, jetzt ist doch mal genug. Hau doch mal ab, Mensch. Wir haben Bärenbrocken. Wenigstens eine Sache. Erlebe ich die mehr. Hab ich den Kram? Ich hab den Kram gar nicht gekriegt. Gut, dann machen wir uns mal schnell Heilung. Und laufen nochmal dahin. Ja, das war nix. Oh, Heilung läuft da rum. Jawohl. Wir machen. Aber oben im Labor müsste eigentlich Riegel liegen. Und die Krähe ist da. Ah, oben im Labor liegt ein Riegel. Schon hab er so nichts. Oh, 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 oh. Wir haben jetzt auch kein Licht und nix dabei, ne? Eine Stopgap-Solution, um sicher zu sein. Aber ich hab keine Zeit für Repairungen. Nicht, wenn ich so nahe bin, um die Mysterien der riechlichen Wissenschaften zu erlösen. Einsammeln, einsammeln, wegrennen. Gut ist. So. Machen wir uns schon mal einen. Den drücken wir uns auch gleich rein. Ach doch, wir haben eine Fackel dabei. Ha! Wenigstens ein bisserl was. Jetzt laufen wir mal ein bisschen mehr hier hinten entlang. Jetzt haben wir alles. Obwohl Schadensresistenz ist natürlich auch wieder eigentlich notwendig. Ich bin grad am überlegen, ich glaub, wir bauen uns jetzt hier irgendwo ein Zelt hin. Und, äh, übernachten mal schnell. Ich hab ja jetzt schon keine Orientierung mehr. Ah, 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 ah. So. Zack. Schlafe bis zum Morgen. So, jetzt interessiert mich. Ja, wir sollten was trinken. Aber das haben wir noch dabei. Net hauen. Essen ist, glaub ich, grad mal kurz ein Problem. Ja. Wir brauchen echt mal eine salzige oder würzige Waffe. Ähm. Dann ist das nämlich auch kein Problem mehr. So, und jetzt müssen wir aufpassen, weil hier ist sonst immer ein Moskito. Die brauche ich jetzt eigentlich grad mal gar nicht. Ich will halt wissen. Erstens nehmen wir uns so ein paar Lederdinger hier schon mit. So ein paar Bären. So. Jetzt haben wir schon drei Leder. Äh, äh, Leder. Wie viel brauchen wir denn? Insgesamt brauchen wir, ja. Einen Helm könnten wir eventuell machen. So. Da brauchen wir nochmal vier. Und da brauchen wir nochmal vier. Also noch acht. Mal drei. Und einen ganzen Haufen. Na super. Na super. Ja, da ist es halt mit dem Trockengestell besser. Ich nehme jetzt auch mal ein bisschen Stein mit. So. So. Dass wir uns gleich auch nochmal einen Ofen oder so bauen können. Also sprich einen Grill. Da fehlt jetzt glaube ich noch trockenes Gras. Mal hier direkt noch was drüber. Nee. Hier erstmal nicht. Dann. So langsam in Richtung Vogeltränke. Und da haben wir unsere Feder für die Armbrust. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht irgendwo so ein blöder Moskito rum springt. Ich höre aber noch keinen. Noch ist alles ruhig. Noch. Und da kriegen wir jetzt noch einen ganzen Haufen Bären. Nehmen wir natürlich auch mit. Wie seht ihr, die Bären müssten wir eigentlich auch essen können. Weil es sind ja Bären. Meinetwegen giftig. Mir wurscht irgendwas halt, ne? So. So. Ich höre schon Moskito gar nicht gut. Jetzt gucken wir mal, ob da hinten noch eine, ähm, Feder drinne liegt. Und ja, da liegt eine sehr schön. Also haben wir zumindest unsere Armbrust jetzt safe. Und dann müsste das rein theoretisch auch ein bisschen einfacher gehen mit den Bombardierkätern. Das heißt, dann können wir bald unseren Hammer herstellen. Hoffe ich zumindest. Wäre nicht schlecht. Komm, nehmen wir grad mit, weil bei uns ist es Mangelware. Ja, ich bin grad am überlegen, ob es Sinn macht, jetzt noch ein paar Bären hier mitzunehmen. Und dann gleich wieder nach Hause. Vielleicht gar nicht erst einen Grill hierher gebaut. Gleich weg und fertig. Dann daheim wieder erstärken. Da oben fliegen schon wieder die Moskitos rum. Das ist mir grad noch zu heiß, die ganze Geschichte hier. Die Main 41 haben wir schon. Das sieht schon ganz gut aus. Damit können wir schon ein bisschen was anfangen. Ja, da würde ich sagen, laufen wir heim. Und dann brauchen wir noch ein paar Bombis. Dann können wir nämlich unseren Hammer auch noch herstellen. Und dann geht es in der Richtung nämlich auch mal mehr voran. Dann heißt es so langsam Zähne sammeln. Obwohl ich mit den Zähnen eigentlich ganz vorsichtig sein will. Netze und Durcheinander. Da würde ich ein bisschen mehr, die wollte ich haben, mehr koordiniert durchgehen. Wir müssen uns Essen machen, weil wir Grill hinten stellen. Das bringt sonst nichts. Das schaffen wir nicht bis nach Hause. Und da ist es wieder von Vorteil, wenn man halt würzige oder salzige Waffen hat. Dann hat man Essen to go. Finde ich gar nicht so schlecht die Idee. Na komm. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, und ich glaube, wir hatten auch noch einen Kopf, müssten wir die Marienkäferrüstung hinbekommen. Wahrscheinlich fehlt dann wieder irgendein Lede oder irgendwas. Na komm. Das ging auch mal schneller. So, jetzt nix wie Heim. Kurz orientieren ungefähr die Richtung. Boah, und jetzt Hackenlabor muss ich hier auch noch rein. Habe ich schon gar keine Lust. Aber gut, das kriegen wir hin. Jetzt mit der Armbrust. Ja, Kröpfchen haben auch. Hoffentlich ist die Wolfi nur nicht hier. Mal gucken. Ah doch, Wolfi schläft. Babyspinnchen. Ja, das sind alles Bereiche, die werden wir dann erkundschaften, wenn wir nochmal die ein oder andere bessere Waffe haben. Und natürlich die Marienkäferrüstung anhanden. Also, ne, komm. Mistviecher. Aber wir sind wieder daheim. Und haben doch noch zum Ende die Marienkäferrüstung. Und da muss ich mal gucken. Also, den Brustteil werden wir auf jeden Fall hochleveln. Beim Helm sowie bei den Knieschonen bin ich mir noch nicht sicher. Weil später wird es darauf hinauslaufen, dass wir die Läuselatschen haben. Apropos, um die zu reparieren, brauche ich noch eine Laus. Ähm, und wahrscheinlich den Gifthelm haben. Das heißt, die Marienkäferrüstung werden wir ja auch nicht zu 100% tragen. Wobei die Knieschone eigentlich schon noch praktisch sind. Das ist zwei Teile wenigstens. Jetzt hatte ich gehofft, hier ist irgendwo mal eine Laus, die ich so ganz schnell mal mitnehmen könnte. Aber nö. Okay. Also, erstmal alles wegpacken. Und jetzt gucken wir mal. Wir werden jetzt erstmal alles herstellen, was geht. Okay. Dann den. Dann die. Und die. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das müssen wir analysieren. Und die Armbrust. Haha. Wir brauchen jetzt auch die besseren Pfeile dann. Das heißt, den machen wir weg, die machen wir da hin. Und bevor wir wieder alles neu craften müssen, dann schmeiße ich uns mal hier das Gedöns da rein. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Das. Das kann weg. Äh... Das kann weg, das kann weg, das, 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 das... So. Auf dem Weg zum analyselabor-Dingens kriege ich bestimmt noch eine Laus zusammen, um meine Latschen zu reparieren. Nee, kriege ich nicht. Es ist keine... Doch, jetzt habe ich eine gehört. Aber komm, wir analysieren das jetzt erstmal. Zackig. Genau. Den könnten wir eigentlich mal an den Stechmücken. Den Rapier. Der wäre vielleicht nicht verkehrt. Für den Anfang. Ja, wo ist es dann? Ach, da oben. Ja, super. Jetzt können wir aber die Läuselatschen reparieren. Ja, mit milden Pelz. Ist ja klar. Dann sind wir wieder busy schneller unterwegs. Was war da jetzt mit den roten Ameisen? Ich glaube, die sind so ein bisschen angesäuert. Na gut, die werden meine Basen jetzt zerstören können. Wir machen das Zellchen da noch hoch. Werden sie wahrscheinlich mein Stängellager irgendwann da unten angreifen. Keine Ahnung. Am Schluss spawnen die hier drin. Läuselatschen reparieren, genau. Ja, da sind wir doch... Klar, wir sind ein paar Mal gestorben, aber wir sind trotzdem wieder gut vorangekommen. Die Marienkieferrüstung haben wir, so wie es geplant war. Das ist schon mal sehr gut. Da haben wir noch überall Wasser. Wasser, Wasser. Ich wollte gerade sagen, das schaffe ich doch nie im Leben. Ich und Jumpen. Oh. Hatte mal hingehauen. Mal ganz was Neues. Na gut. Dann würde ich aber sagen, wir sind schon wieder über 30 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Da werden wir ein bisschen Mission machen. Und wir werden jetzt auch die Schmiede herstellen, den Amboss. Und machen da oben Überleben. Verbessere eine Waffe oder Rüstung. Da werden wir natürlich erstmal ein bisschen was auf die Marienkäferrüstung machen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und Tschüss.